Hey, Matthias Blesse hier aus meinem Studio und ich zeige euch heute das Symbol-Set aus der Resonance-Serie von Masterwork, bestehend aus einer 14 Zoll Hi-Hat, 16 Zoll Crash und 20 Zoll Ride. Die Becken sind handgehämmert und in dem Falle brillant abgedreht von oben und unten und mit schönen Hammerschlägen versehen. Und die Resonance-Becken sind eher dickere und schwerere Becken, also super für Rock- oder Metalmusik. Und wie das so klingt, zeige ich euch jetzt. Und wie das so klingt, zeige ich euch jetzt. Und wie das so klingt, zeige ich euch jetzt. Und wie das so klingt, zeige ich euch jetzt. Und wie das so klingt, zeige ich euch jetzt. Und wie das so klingt, zeige ich euch jetzt. Und wie das so klingt, zeige ich euch jetzt. Vielen Dank.